Pfff! Speicherst du? Ah, sicher. Mit der Tür einfach halb zu. Ja. Ob da speicherlich ist, es gibt keine Ahnung, ist noch egal. Nach wohin? Ähm, ich nehme an, wir können mal versuchen den Reaktor zu starten, also wieder zurück zur Technik. Den Reaktor? Den Reaktor. Aber wir starten, wir haben doch nichts. Wir haben zwei Codes für drei Computer. Und vielleicht finden wir den ersten ja noch irgendwie. Wir haben halt nichts mehr, wo wir sonst noch hin können. So logischerweise. Ja. So, wie der Panzerbrechen der Moni ausgerüsten. Und den Raumanzug anziehen. Für dich. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Auf der Treppe auf der Treppe stehen zu bleiben, während du dich aufhörst. Wird mir leid. Und... Und es ging jetzt, aber... Warte, ist das verdorbene Milch? Steht da verdorbene Milch auf dem Reaktor? Äh, lass mal schauen. Das dürfte verdorbene Milch sein, ja. Wenn sie denn verdorben ist, und nicht durch die Strahlung sterilisiert und... ...lecker gehalten wurde. Hallo Milch. Verdorben, schade. Dann tue ich es ja. Dann geh mal. Dann geh ich mal. Warte, da vorne ist das. Mhm. Huch. Ich lauf mal mit rein, nur um das mal zu zeigen. Da ist die Security-Longern 1. Den Code haben wir noch nicht. Security-Longern 2 war dann hier unten. Ich... Ich höre dich strahlen. Bei mir, ja. Ich hab sogar überlebt. Bei 3 hier unten. Ähm... Für Kontrolle 2... Für Kontrolle 3... 47528. Gut. Vom Sound hat sich irgendwo eine Tür geöffnet. Ah. Okay. Der Schalter ist also tief geworden. Gut. Das hat sich also irgendwo eine Tür geöffnet, oder so? Ich glaub, das ist einfach nur sie als Kippschalter gewesen. Achso. Kann man eins hacken, kann man nicht. Schade. Äh. Also dann... Weiter im Takt. Und diesmal ist es nicht geschützt. Bäh. Das ist Numero 2. So. 1 4 7 0 5. 1 4 7 0 5. Die waren in verschiedenen Decks. Jai. Oh, kaputt. Äh... Kontrolle 2 war aufm Operationsdeck. Das war Deck 4. Kontrolle 3 war aufm Kommandodeck. Das war Deck 6. Das heißt logischerweise Deck 2. Das heißt logischerweise Deck 2. Hm... Macht doch nicht wenig Sinn. Das ist Medizin. Ja und? Wenn... Im Medizindeck Leute das einfach dabei hatten, die Karte? Oder irgendwo rumliegt. Ach... Das bessere kannst du für ziemlich jede Ebene sagen. Dasselbe war bei ziemlich jeder Ebene der Fall. Hm... Was denn wie? Dass irgendwo random Karten rumlagen. Naja, stimmt. Wo bist du? Am QWA. Ah. Hi. Hi. Habe ich nicht. Ich schieße dich an. Jaja... Jaja... Bäh, was machen wir jetzt? Wir können wirklich die Ebene nochmal genauestens durchkämmen. Oooooder... Ich schaue mal für eine Weile nicht hin und du schaust so lange in deinem Gedächtnis nach. Das ist ein Code, das ist keine Karte. Das meine ich ja nicht. Was ist das? Es gibt keine Lösung für dieses Problem. Echt nicht? Ich habe keine gefunden. Das ist doof. Ich kann jetzt nicht nachschauen, weil ich aufnehme, also... Jaaaa... 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 Geh in die Ecke, Topfpflanze! Jaaaa... Bitte? Nicht nichts. Ausgetappt, ja. Tja, dann lese ich so lange immer das hier vor. Attention! Buchstaben, 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 Geblinke, Geblinke, Input! Fertig. Pfff... Try Optimum. Für eine bessere Welt. Was? Die kleine Spritzen-Suchti. Shuttle Bay... Shuttle Bay, hier sind wir grad, ja. Na jaa... Da haben wir den Zugang schon gehabt, ne? Was? Da haben wir den Zugang schon gehabt, zu Shuttle Bay, ne? Shuttle Bay... Müsste offen sein, ja. Wenn du kurz rein tapen würdest, kriegst du die Schuss. Dann will ich schnell nachschauen, ich stehe direkt davor. Okay. Pling. Äh... Shuttle Bay, Shuttle Bay. Shuttle Command... Hallo, Roboter! Müsste aber auf sein, ja. Nein, Alarmsperre. Zugang verweigert. Ah, okay. Das war deswegen. Das wird's wahrscheinlich der Reaktor sein. Ja. Ich glaub, das war auch so. Ähm... Der Reaktor dürfte den nämlich wieder öffnen, soweit ich weiß. Oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Also, das war noch bei jemandem, aber auch lineern. Das war eine Aufmerksamkeit. Ah, aber nachdenkliche, ja. Ah, ureichten. Das war's, was auch ein Dämmfark. Ich weiß nicht nicht. In meiner der Art. Keine Ahnung. In meiner Sicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich noch gar nicht mal auf bin. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich nicht. Ich weiß nicht. Ich bleibe gerade durch die TTLG-Forum. Bringt nicht viel, oder? Ich sehe Control 2, aber den haben wir schon. Vielleicht steht ja irgendwann in der Nähe daran was ähnliches. Ich bin gerade dabei. Währenddessen schiebe ich mal Roboterschrott auf Leichen, ne? Und Toppflanzen. Ey, Toppflanzen eher weniger, die wollen nicht so. Endlich wird das ne spannende Folge. Ja, ich mein, den mach ich ganz ruhig rausschneiden. Kann ich nicht, weil ich mir meine Videos nie ganz anschaue. Das wird ja Arbeit bedeuten. Dafür müsste ich auch wissen, die wievielte Stunde das hier etwa ist, von der Zeit her. Du wirst ja sehen, wann wir wieder hier unten sind. Werde ich wann sehen? Du wirst ja sehen, wann wir wieder hier unten sind. Ein Video, oder wie? Mhm. Wie gesagt, ich sehe mir meine Videos nie ganz an. Okay. Ich sehe mir die immer in 15 Minuten Abschnitten an. Und auch immer nur diesen Abschnitt. Weil ich faul bin. Hast du nicht irgendwas zu erzählen? Hm, ich blätter wie gesagt nach wie vor durch dieses schöne Forum durch. Mit so viel Content, aber nichts, was mir was bringt. Dann lass es lieber. Dann schauen wir lieber selber. Okay. Sorry. Ja. So, du musst nicht weiter nachschauen, ne? Wie gesagt. Ja, nun, aber was soll man sonst machen? Die ganze Zeit da durchblättern bringt nicht viel. Das stört mich einfach nur, dass ich immer noch aufnehme. Ich weiß, ich hab die Kapazität zwar jetzt, ne, aber... Ich hasse Dinge suchen und rausschneiden. Wie die Pest. Aber das muss ich ja jetzt eh schon machen, also... Okay. Es sieht so aus, als wäre das im Hydroponikbereich. In irgendeinem kalten Raum. Gut. War nett, dass du mich am Leben halten hast. Gern geschehen. Gut. Hydroponik, also. Das heißt, es war... Delurgisch, sprichend doch Deck 2. Ob ich mich richtig aner, glaub ich. Oder war es Deck 3? Das dürfte Deck 3 gewesen sein. Oder doch 2. War 3. Ah, okay. Erstmal bespeichern, oder? Hast du schon? Zu den Elevator. Den hab ich noch nicht, ne. Ne, 666664. Ja. Es waren jetzt etwa 10 Minuten, die wir vor Ort haben, also... Kann man schon draus schneiden noch. Klar. Es geht mir eher um die Zeit im Video, wann das ist. Was denn? Naja, also... Zur Hydroponik. Ja. So, und ich schmeiß meinen Bio-Radar nochmal an.